Auf geht's. Trägst du das auf? Ich probier's mal. Bitte. Danke. Okay, gut. Was ist das? Da! In Deckung! Was? Anscheinend Blindgänger. Das sind keine Blindgänger, sondern... Zieh dich um, Elisabeth. All das habe ich für dich erwaut. Du bist meine Erbin und mein Blut. Und was hat der Witz je für dich getan? Ja, was hat der je für dich getan? Für ihn bist du, was du immer warst. Ein Mittel zum Zweck. Das wäre super. Öffnen. Kommt! Das sieht übel aus. Hier, Booker! Das sind sie! Das sind sie! Das sind sie! Alter! Elisabeth! Moskitofeuerfrei! Große Locke! Denn der Ton hat keinen Stapel! Der ist abgehauen! Wow, 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 wow. Nicht gut. Welche? Wollt ihn ein, Kuss! Fass mich doch in Ruhe! Wollt ihn ein, Kuss! Wer ist jetzt hier noch? Wer ballert denn hier? Ach, wer ballert denn da? Moskito, Feuer frei! Das ist super, Kupia! Sprechende Befehle, okay, das gehen wir hin. Ja, ist wunderbar, dieser Ausblick, wow. So, dann starten wir uns mal alles, was hier noch in den Kisten rum war, da wartet. Auf meinen Lootfinger, da oben zum Beispiel. Oh, meinst. So, müssen wir wahrscheinlich wieder Waffen wechseln. Das wäre eine Option. Oh, was war hier? Okay. Keine Ein... Oh, 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 ich wäre ja fast abgehauen, ohne das hier mitzunehmen. Mach mal Aufmittag. Kriegst du das auf, Elisabeth? Sieht einfach aus. So. Tja. Was ist das denn? Warum leuchten die Augen? Mein Bruder hat mir ein Ultimatum gestellt. Oh. Schicken wir... Oh, Entschuldigung. Mädchen, nicht dorthin zurück, von wo wir es geholt haben, müssen wir beide uns trennen. Wo er eine leere Seite sieht, sehe ich König Lir. Aber er ist mein Bruder. Und so spiele ich meine Rolle, wissend, dass alles mit Tränen enden wird. Bitte. Haben wir alles? Ja, oder? Na dann, sprechender Befehl mit Hebel. Ne, die andere ging nicht auf. Verstanden. Kurs auf die Hände zu vorne. Was ist los? Ich helfe dir doch. Wo ist die Hände zu vorne? Ja. Es ist möglich, uns zu vergeben für das, was wir getan haben. Vergebung. Was haben wir da gemacht? Weiß nicht, was das bringen soll. Okay. Hast du Angst vor Gott? Nein. Aber vor dir. Oh. Oh. Aber nicht mit mir hier. Oh. Woah! Tschüss! Danke! Wo denn? Links? Welches? Ach, das ist vorne, nicht links! Vorsicht! Raketen! Halt! 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 Die Wackel wollen das Flagship anlassen! Halt! Halt! Und bisher! Wo komm ich da hin? Hallo? Achtung! Da sind noch mehr! Wo? Da! Achtung! Moment noch! Hier, Munitions! Danke! Mehr hab ich nicht! Puh! Vorsicht! Da, rechts! Du weigst doch schon mal auf dem Schiff! Du hast doch schon gelootet! Oh, jetzt sitzt sie weg! Du weigst doch schon mal auf dem Schiff! Warum kann ich sie nicht? Ah, nicht gut! Das stimmt weh! Das tut weh! Oh! 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 Fahr zur Hölle! Hier, Bucke! Gut so. Da ist er. Wir müssen unterhalb landen und uns hochkämpfen. Oder wir fliegen dieses Ding nach Paris. Setz mich ab, wenn du willst. Das ist nicht dein Problem, Booker. Ich lass dich nicht im Stich. Nein. Sieh mal. Skylines überall auf dem Flaggschiff. Sie sind voll mit diesen Patriot-Kapseln. Von dort aus müssen sie abgesetzt werden. Ich würde da nicht hingehen, solange diese Kapseln da sind. Los! Schamstag ist ganz oben auf dem Schiff. Los, rauf! Zieh dir die Wettan, mein Kind. Ja, Polizio! Er hat etwas an sich, das man nur schwer einschätzen kann. Ja, Eterität. Bald wirst du sehen, wie ich bin und wie er nicht ist. Beine Fasser. Was? Scharfschütze nützt benuscht? Yes! Aber klar! Oh. Ich bin schon am suchen. Du lässt mir keine Wahl! Was? Oh. Wer redet da? Oh. 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 Da. Eine Luke zum nächsten Deck. Hmm. Es kann nur eine Werte verblieben. Verdammt. Auf hin! Es muss noch einen anderen Weg geben. Oh. Oh. Okay. Die falsche Automat. Alter, ist das hier voll. Munition, hier! Ich mach mich fertig. Sorry, mehr hab ich nicht. Halte mich nicht! Hupfucker, diese Skylines führen hoch zum nächsten Deck. Wenn wir diese Kapseln wegschaffen, könnten wir damit auf die oberen Decks gelangen. Okay. Oh, puh. So, lass uns das mal looten hier, hä? Wir haben null Munition. Wie knattert hier alles? Okay, wir sind wieder voll mit Ernst. Hier geht's nicht hoch. Ja, doch. Ich glaube, wir kommen doch nur über diese Skylines an Comstock, Ron. So räumen wir sie frei. Ich habe die Saat des Feuers gesehen, die das Sodom unter uns auf das Kommen des Herrn vorbereiten wird. Aber nicht ich werde das Banner den Berg hinauftragen. Diese Aufgabe obliegt dir, Elisabeth. Sie obliegt dir. Theatralische Wiederholung. Die Skyline ist frei, Booker. Komm mit! Auf einer Seite unseres Lams steht der falsche Hirte. Auf der anderen die Überreste der gotteswässerlichen Vox Populi. Wer von euch Männern kehrt nicht freudig ein zu Gott, damit sie ihr Schicksal erfüllen kann? Freut euch! Freut euch! Der Tod hat keinen Stacheln! Alter, diese Sprüche. Danke. Geht klar! Ein Guck in die Enge! Da! Riktion, hier! Danke. Danke. Da ist die Steuerung. Schaffen wir die Kapseln von den Strecken. Ja, toll. Und schmeißen die unten runter, ne? Ist doch Wahnsinn. Ist doch Wahnsinn. Wir sind doch für all das Leid verantwortlich. Wir werden das hier runterschicken. Wahnsinn. Der Zugang zum Oberdeck ist blockiert. Ja, doch. Ja. So. 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 Was soll denn das nicht? Warum sinken die so langsam? Ich weiß nicht. Wir müssen abholen. Ein Viertel der Kapseln ist weg. Mehr nicht! Das war's für dich! Das war's für dich! Die Hälfte haben wir! Okay! Ich kann helfen! Wer darf? Danke! Na dann! In Ordnung! Kurz den Unterdrücker! Drei Viertel! Das zieht sich ganz schön! Was hat denn? Wo ist da einer? Hä? Äh! Ach da! Das ist aber nicht weg hier! Der falsche Prophet wird voll! Unsere Sache ist gerecht! Es mag sein, dass ich sie besiege, DeWitt. Aber sie hatten immer schon einen Hang zur Selbstzerstörung. Wer weiß! Vielleicht kommen sie mir ja zuvor! Weil die brüllen immer hier, ne? Das hören doch alle! Auch seine, seiner Untergebenen! Nein! Ich hoffe doch nicht! Ich hoffe doch nicht! Ähm! Achso! Bom, bom! Das übernehme ich selbst! Nein! Ich komme mit! Was solltest du denn jetzt langsam mitbekommen haben, Buka? Oh! Geht's hier hin? Achso! Das andere raus! Warte mal! Hier ist Munition vielleicht! Karabiner! Ja! Der... Der hilft glaube ich jetzt besser! In der Situation! Dich, nicht wahr! Na dann! Geht klar! Alter... Ich suche noch. Der wirft betriegt über mir auf mich. Tschüss. Munition, hier! Danke. Los. Bitte sehr. Oh, Schutz. Tschüss. Ich versuche Nachschub zu liefern. Oh, базmosch! Oh, nein. Oh, mein Mann 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 Mann. Diese Skyline bringt uns zur Kabine des Propheten. Toll, oder? So Beschiss hier. Hier ist ja gar nichts. Oh, da. Da muss man hin. Jawoll. Okay. Upgrades. Was können wir denn noch für ein Upgrade nehmen? Wischt. Okay. Oder tot. Danke. Und, äh... Können wir für nichts kaufen, Gelb kriegen. Das ist super. Absolutes Sicherheit. Du willst deinen Tisch machen, falscher Hirte. Aber er läuft die Zeit rückwärts, ehe du Erlösung findest. Manche Sünden können nicht vergeben werden. Ja, manche schon. Das ist mein Turm. Was ist das? Der Siphon? Ich hab das da gesehen. Ich hörte dich von oben singen. Und die Maschine erwachte zum Leben. Und dann im Grab meiner Mutter war eine kleinere. Sie hat mich ausgesaugt. Vielleicht kann ich deshalb nicht... Was? Als ich klein war, konnte ich nicht nur Risse öffnen, sondern sogar neue erschaffen. Überall hin, wo ich hin wollte. Aber in dem Turm? Ja, ich bin gleich bei dir. Hä? Ähm. Geh weg. Ich bring's zu Ende. Booker, nein. Das geht nur ihm und mich was an. Du tapst in eine Falle. Ich muss... Wow. Komm her, Kind. Komm, ich beiße nicht. Was bist du groß geworden? Sag's mir. Was bin ich? Sieh dich an, wie du aussiehst. Hey, lass sie los. Elisabeth, ich habe alles nur zu deiner Sicherheit getan. Sicherheit? Wovor? Der Spross des Propheten wird den Thron besteigen und die Berge der Welt in Flammen hüllen. Doch der Erzengel sprach auch. Hüte dich, Prophet. Hüte dich vor dem falschen Hirten, Booker Devit. Wie eine Wand wird er stehen zwischen ihr und ihrem Schicksal. Warum? Devit, ich bin ein Narr. Mächtige Armeen habe ich gegen sie geschickt. Feuer habe ich auf sie niederregnen lassen, nur um sie von ihr fernzuhalten. Dabei hätte ich ihr nur die Wahrheit sagen müssen. Frag ihn, Kind. Frag ihn, was mit deinem Finger ist. Frag Devit. Lassen Sie mich. Los, frag den falschen Hirten. Sag's ihr. Sag's ihr, falsche Hirte. Hä? Sag ihr die Wahrheit. Meine Hand. Sag's ihr. Bitte loslassen. Hä? Hä? Sie ist deine Tochter, du Dreckskerl. Und du hast sie im Stich gelassen. War's das wert? Hä? Hast du gekriegt, was du wolltest? Sag's mir. Raus damit. Es ist vollbracht. Nichts ist vollbracht. Booker. Ihr spart sie ihr Leben ein. Booker. Schneidet ihr den Finger ab und schiebt es auf mich. Booker, hör auf. Hast ihn getötet? Was hat er gemeint? Hä? Sag mir, was er gemeint hat mit meinem Finger. Keine Ahnung. Ich dachte, du bist damit geboren. Ich weiß nicht. Deine Nase. Sie blutet. Was? Elisabeth, ich schwöre dir. Ich weiß nicht, was er damit gemeint hat. Oh doch. Du erinnerst dich nur nicht daran. Nein. Ich beweise es dir. Wir zerstören den Siphon. Die Antwort liegt hinter einer deiner Türen. Du musst sie nur öffnen. Den Siphon zerstören? Das ist der ganze Turmbucker. Wie sollen wir das machen? Keine Ahnung. Ich lasse mir unterwegs was einfallen. Tja. Und nun? Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.